Entelecheia ist ein Begriff aus der aristotelischen Philosophie. Der beschreibt ein ideelles, das sich im Physischen manifestieren will. Auf Entelecheia habe ich mit meiner absoluten Traumbesetzung gearbeitet. Maja Burchardt, Maselmeier, Kabuki, Bodeck Jahnke und Tony Clark. Die Ursprungsidee von diesem Album war, mit Kompositionen ins Studio zu gehen, die total freilassend sind. Das habe ich mir versucht, so plastisch wie möglich vorzustellen und habe dann kleine musikalische Zellen aufgeschrieben, von denen ich dachte, dass es so eine Art Startvehikel ist, um Musik zu machen. Die Kompositionen, mit denen wir ins Studio gekommen sind, waren eher so eine Art Sprechzettel mit verschiedenen Gesprächsthemen. Und beim Aufnehmen haben wir dann über diese Themen musikalische Dialoge geführt. Musik 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 Es ist durch diese Resonanz von verschiedenen persönlichen Erfahrungen, Schwelligkeiten, was entstanden, was viel runder und viel kreativer ist, als das, was ich mir alleine hätte ausdenken können. Musik Untertitelung des ZDF, 2020